Wir gehen mal rein, mal gucken. Oh, da ist er. Er hat sich ein Bierchen geholt. Wenn man das ein Bierchen... Ja gut. So Leute, ich geb mir auch dauernd meine Sachen ins Auge. So, ja, erst mal ein Bier... Das ist eine Dose mit Augentropfen. Das ist eine Dose mit Augentropfen. Deswegen, so mit dem Schuh draus. Damit er keine Brille braucht. Ja, so genau richtig als Rainer Witz. Ja, 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 wir sagen dir Bescheid, wenn irgendwas komisch ist. Die Zeitung. Zeitung. Es war Selbstmord. Die Single-Mutter in ihrer Nähe. Grieves. Eine polizeiliche Untersuchung hat gezeigt, dass die Ursache des Todes von Takumi Sato in Nagoya City stattfand. Aichi-Präfektur. Und am September 14. Die Mutter, die da so hart gearbeitet hat und eine Single-Mutter war, ja, die war noch zu haben, wischt ihre Tränen. Sie wischt ihre Tränen. Joa, da stand jetzt nichts Neues drin, ehrlich gesagt. Boah, Alter, das war die herzzerreißendste Lese-Methode ever. Sie wischt ihre Tränen. Sie wischt ihre Tränen. Aber Leute, das ist wichtig. Kelly hat absolut recht. Wir heißen ja auch Sato. Wir sind die Mutter von dem einen Kind, das Selbstmord begangen hat. Und deswegen sind wir jetzt auch in der neuen Berufung. Wir helfen Schülern, die gemobbt werden, die Songsprobleme haben, damit denen nicht dasselbe Schicksal erleidet. Geil! Süßigkeit! Moment. Wenn das der Typ braucht, der Samen hat. Wenn der das braucht, das macht mein Leben leichter. Ey. Gibt's denn hier noch was, außer dass wir jetzt die ganzen Süßigkeiten klauen? Alter, das sind richtig viele. Hey, wie geht's? Äh, ich pull no weeds. This place looks like a mess. I agree, but... Erinnert sich gar nicht mehr an uns? Der hat komplett unsere Konzentration vergessen. Will auch unsere Süßigkeiten nicht haben, dann ignorieren wir den. Komplett. Sind wir so weit geschrumpft, dass wir jetzt nur noch Stufengröße haben? Ich bin gerade überlegen, ob wir uns wirklich gerade ducken. Drück mal Steuerung einmal kurz. Nee. Nee. Hä? So, Orientierung ist, äh, hier der Wagen. Genau, genau. Orientierung ist hier der Wagen. So, das ist die Flashlight. Mhm. So, mein Bruder tippt gerade. Mein Bruder tippt fly. Arms. Was für eine Taste ist es? Verrate ich nicht. Dann könnten Bewerbkunden kommen wie, darauf hätte man kommen können. Es ist C wie Crouch. Weißt du, die meiste Steuerung wie bei Minecraft, weißt du? Und oder sowas, aber nö. Es könnte ja auch C heißen wie, äh, Cemetery oder wie, äh, wie Copy, weißt du? Nee, es ist C wie Crouch. Was soll man das denn wissen? Also. Stellt euch vor, das ist C wie Zement und auf einmal geht mein Bruder unter. Ja, ist wirklich so, so, so C. Oh nein, Zement, weißt du? Winzig und, ach, bei dem Boy. Richtig, geh zu dem Jungen und gib dem die Süßigkeiten. Ja. Willst du, willst du Walbad Haare haben? Ja, willst du Walbad Haare? Ja, 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 ja. Why are you wearing a mask? Ich bin froh, dass sie fragen. Eine Familie und ich, äh, wir haben, äh, oh. Wir, wir, wir haben leider gar keine Masken mehr. Können Sie bitte, können Sie bitte mir Masken machen? Masken, Masken, Masken. Ja. Der will keine Süßigkeit, der will Masken. No, my family can live in peace. Oh yeah, I don't get what's so good about this toy, but, here you go. Jetzt haben wir das Spielzeug. Müssen wir das dem Gärtner geben? Oder müssen wir das dem, dem Altar opfern? Ja. Oh, wie geil. Aber was passiert jetzt? Oh Gott. Oh, können wir jetzt vielleicht hier hoch? Oder in eines der anderen Räume? Was ist da auf der Treppe? Was denn? Hängt mich am Arsch. Entschuldigung. Wer bist du? Oh. Hab dich gar nicht gesehen. Was ist los? Weißt du, wo deine Mutter, dein Vater ist? Sie. What? Sie sind nicht. Wann werden die zurückkommen? Also. Was ist da in deiner Hand? Hund. Rundefutter? Warum hast du so was? Warum kommst du nicht runter? Ich klebe fest. Vielleicht will sie einfach nicht mehr mit mir reden. Aber sie ist nicht zu verstört oder so. Sie ist nur so leblos. Ach du Schande. Ja. Japanese Snacks. Sie hat es genommen. Sie hat es genommen. Nice. Super gut. Wir wissen, wie man Kinder besticht. Ich brauche das Hundefutter, was du da in der Hand hast. Brauche ich gar nicht. Oder brauchen wir das? Wir haben einen toten Hund gefunden. Ja. Also wenn du möchtest, kannst du das Hundefutter tauschen gegen diese wundervollen japanischen Walbarthare. Walbarthare? Alles klar. Danke. Hey. Nebenbei gesagt, ich habe deine Oma nicht mehr gesehen. Weißt du, wo sie hin ist? Sie war vorher noch da. Was? Wir haben gar keine Omi hier. Ja, das ist gar nicht creepy, ey. Hey Doggo. Er atmet noch. Ich glaube, er ist nur alt. Ich gebe dir Hundefutter. Was? Ja, du bist ein Süßer. Hey, was ist los? Was ist in dem Schuppen? Wau, 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 wau. Hey, warum folgst du mir? Toni? Dobby? Rex? Wo geht der hin? Wie heißt der? Was? Was? Oh nein. Bitte was? Er hat was ausgegraben. Wo? What? Okay, ich weiß nicht, was das war. Aber wir haben jetzt was Neues. Hatten wir da gerade ein Kind in der Hand? Und so habe ich das auch gesehen. Ich kann es nicht öffnen ohne Schlüssel. Was ist das denn? Eine Nachtschüssel? Wer sperrt denn seine Nachtschüssel im Garten ab? Wir haben nichts bekommen. Wir haben nichts im Inventar mehr. Und wir haben zwei Schlüssellöcher. Aber keine Schlüssel. Und wir haben einen Oppi, der gerne Samen verstreut. Unser Samen-Opa, der braucht auch noch Hilfe. Ich weiß gerade nicht, wo wir hier Schlüssel finden können. Bin ich ganz ehrlich. So, das Spiel heißt übrigens Missing Children. Ist egal, Leute. Wir brauchen nichts. Ist egal. Ist egal. Wir haben gerade was gefunden. Wir haben gerade in dem Shop gefunden. Das ist das drin. Eine Sense-Grab. Eine Sense-Grab. Das ist doch was zum Jäten, oder nicht? Das ist für Samen-Opa. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Ja. Oh, ich mag Samen-Opa. Jetzt können wir ihm sogar helfen. Ja. Der guckt doch gar nicht komisch, wenn ich das hier mit der Waffe ankomme, weißt du? Ja. Der vertraut uns echt alles an. Der vertraut uns alles an. Hey, brauchen Sie vielleicht eine Sense, guter Mann? Zack, 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 zack. Oder brauchen Sie noch Ihre Arme? Thanks. Now I can live. Oh. I don't have any money, but here's a toy I found on the ground. Nein. It should come in handy. Trust me. Woher weiß er das? Und es ist wieder ein Windrad. Es ist halt wieder ein Windrad. Nein. Und das heißt, wir können das wieder opfern, Allah. Und dann kommt eines der Kinder zurück. Yes. Yes. Was ist das hier in dieser Stadt? Oh nein. Das zweite Windrad steht.